Und herzlich willkommen zu Mad Max mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ah, noch mal ein bisschen dichter ran. Ich bin jetzt mal zu diesem Öltanklager. Wir sind hier immer noch in dem Gebiet von Pinky, Pinky Lady, Pinky Eye. Ihr seht schon, hier sind Scharfschützen. Da ist so ein Dornstecher-Dingen. Wir haben ja noch welche. Ah, hier ist Mordern. Zwei, drei Dornstecher-Ladungen, das ist gut. Man wird nämlich immer welche los beim Reisen durch die gegnerischen Fahrzeuge. Also der ganze Keller ist voller Schätze. Es gibt einen seitlichen Eingang in diesem Lager, das in einem alten Restaurant errichtet wurde. Der Keller ist ein wichtiger Lagerbereich. Pass auf Sprengstoffe auf. Zusätzliche Informationen. Starke äußere Verteidigungslinie. Der Parkplatz ist gut bewacht. Suche auf dem Dach nach Beute. Ein Sniper, ein War Cryer. Ein Lagersniper. Mehr nicht. Poor Bastards. Da ist schon keiner mehr. Die sind tatsächlich weg, wenn man sie erledigt hat, ne? Gut. Ich kann ja mal schauen, ob ich das mit dem Auto von da oben erledigt bekomme. Da ist auch noch ein Lager, da wo das rote Ding in ist. Das nehmen wir uns aber später vor. Das ist ein Rennen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich gebe zu, ich muss das bestimmt mal irgendwann tun. So. Die lassen wir erst mal vorbei. Das wird mir noch fehlen, wenn die jetzt dazwischen rumfummeln. Das muss nicht sein. Da ist noch einer. Dornstecher ist ausgewählt. Mikrofon steht noch nicht richtig. Das war das? Oh, hier ist noch irgendwo einer. Da hinten. So, die Verteidigungslinie ist durchbrochen. Der Warp Cryer ist weg. Es gibt einen seitlichen Eingang. Aber da ich jetzt ja alles hier wieder auf die übliche, mir übliche Art und Weise da hinten ist eine Kolonne erledigt habe, können wir den Rest auch so erledigen, würde ich sagen. So. In Pinkys Festung habe ich auch schon was gebaut und zwar die heiße Pfanne. Aha. Bisschen zurück. Der kommt von ganz allein. Guckt. Weg ist er. Was ich so ausschalten kann spart. Spart Nerven. Eins, zwei sind noch. Da gibt's Wasser. Na, wir kommen die beiden her. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Schreihälse. Ah, guck mal hier. Können wir gleich die Jungs mehr, können die hier durch. Oh. Lass ihn fallen. Ist das der Einzige? Der andere ist nicht mitgekommen. So, die beiden haben wir dann auch. Das... Wie viele Öltanks sind denn hier? Zwei von sieben. Ich schaue nochmal hier hinter. Ach, guck mal. Hier geht's noch weiter. Schrott. Ich hab... Ja, ja. Du mich auch. Muni? Muni ist gut. Ich müsste aber denn mal nachher nochmal richtig gucken. Mehr war hier nicht. In das Lager zurück. Von Pinkie Eye. Damit ich wenigstens wieder Munition bekomme. Wasser kriege ich noch nicht. Weil das habe ich alles noch nicht gefunden. Aber wir können ja mal kurz gucken. Wasserspeicherteile. Da gibt's... Wie viele Wasserspeicherteile habe ich schon? Ah, geht gleich weiter. Bin gleich wieder bei euch. Will nur mal was abschecken. Wasserspeicherteile. 0 von 2. Also den kriege ich auch noch nicht fertig, selbst wenn ich was da hinten hole. Okay. Ich muss wohl durch den Bus. Nee, muss ich nicht. Das geht irgendwie da oben lang, ne? Oh, so viele. Oh! Ah, hier kann ich raus. Ich bin wütend. Oh, oh, oh. Oh, ich hab gedrückt. Oh Mann, ich drücke die ganze Zeit auf diese Scheiß. Y. Wiedergedrückt. Also, wiedergedrückt. Ich, ich hab zweimal auf A gedrückt. Ey, Spiel. Also, entweder haut mein Controller nicht hin oder die Abfrage ist einfach zu... ungenau. Viel mehr Varianten gibt's ja gar nicht mehr hier. Da ist ein Skrotosymbol. Ich glaub, jetzt ist hier erstmal Ruhe. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umschauen. Nee, da ist noch einer. Dann trinke ich mal was. Wasser war ja hier. So, reicht. Wie die Waffe. Der engsten Raum ist natürlich ungünstig. Ach, du solltest das Zeug nehmen. So, Max, stell dich nicht so an. Ich dachte, hier wär was. Ist auch blöd gemacht von der Kameraführung her. Aber geht vielleicht nicht anders. Hier sind Transfer-Tanks. da gibt's Sprit und Schrott. Wo ist denn der Typ, der da noch fehlt? Der steht immer noch da oben drauf und traut sich nicht runter. Habe ich ihn? Ja. So, langsam. Wir gehen erstmal da hinten hin. so, den Kanister. Ja. Huch. Huch. gefällt mir nicht. Die Waffe holen. Oh. Die Waffe holen. Waffe. Und jetzt hoch hier. Hier. Nein. 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 So. Ja. So ist gut. Brav. Das haben wir alles. Da ist noch was. Dann komm doch runter. Idiot. Hm, der schimpft da oben. Ich hab dir gesagt, komm runter. Machst du auch mich? Ja. Anstatt da rumzuschreien, vielleicht bin ich das hier mach. So, nochmal schauen. Da liegt noch Schrott. Wie viel? Sechs von elf. Haben wir noch lange nicht alle Transfer-Tanks. Ist hier noch irgendwo eine Patschhand? Hier war so. Ja, ich kann mich auch täuschen. Hier ist eine Waffe. Da ist noch Schrott. Da ist ein Feuer. Das war das Restaurant. Rang, naja. Auch mehr ein Schnell-Imbiss. Überhalte ich, falls er... Ach hier, das war der Eingang von der Seite. Den hab ich jetzt aufgebrochen. Ich weiß nicht, ob das gut war. Da ist noch Futter. Falls ich jetzt noch eine auf die Nase bekomme von ihm da oben. Was bestimmt passieren wird. Und er schreit. Anstatt mal die Initiative zu ergreifen. Ne, nein. Er stellt sich oben hin und tobt und schimpft. Hier geht's zum Keller. Hier ist ein Scroll. Ich hab deswegen aufgehört zu sprechen, weil anstatt zu schlagen lässt er natürlich die Waffe fallen. Den gucken wir erstmal im Keller. Oh. Oh, 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 oh. Drei, drei. So ne Verrücken. Warum kann ich nicht schlagen? Jetzt. Mit einmal. So, ich hab aber nix entzogen gekriegt, ne? Hier ist Dingens und da auch. Dann machen wir die Tür mal auf. Ach, benötigt Explosion. Halt, Waffe mitnehmen! Die Waffe lassen wir mal hier. Das war wieder hier der Vorratskeller oder was? Ich geh denn aber, glaub ich, mal lieber raus hier. Das ist mir denn doch ein bisschen zu gefährlich. Seht ihr? Deswegen. Tür ist aber jetzt auf, ne? Waffe. So. Und dann schauen wir mal hier um die Ecke. Hier sind Transfertanks. Nicht zu knapp. Da ist noch wieder Muni. Eine Schrotflintenpatrone. Ja, ich hatte ja ein bisschen rumgeballert. Schrott, acht von elf. Das wird ordentlich knallen. Beide kaputt? Alle kaputt. Gut. Sechs von sieben. Ein Transfer-Tank ist jetzt noch irgendwo hier. Aber im Keller ist jetzt nichts mehr. Hoffe ich. Und da kann man rein. Hier liegt noch ein Kanister. Wir gehen mal zu den Vogeln nach da oben. Na, du Schreikhals. Ey, das gibt's nicht, ne? Ich hab Y wie... Jetzt lässt er wieder die Waffe... Oh! Ich hab Y gedrückt. Also, wirklich jetzt. Als ob die Abfrage nicht ordnungsgemäß erfolgt in solchen Situationen. So kommt mir das zumindest vor. Oh, was war das? Neun von elf. Da ist Sniper-Muni. Da ist mein Freund Scham. Und hier ist Futter. Erstmal was essen. Niam, 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 niam. So. Wo haben wir denn die letzten Transfer-Tanks hier? Hier geht's raus, ne? Ich hänge an den Dornen. Huch. Ich sag, die Zeit ist noch gut. Noch. Hier hab ich, glaube ich, keine Tür aufgebrochen. Hier war offen. Na gut. Ich weiß nicht, was die unter der richtigen Verteidigungslinie verstehen. Ich werde mal jetzt aufhören, hier so rumzuhampeln. Hier müssen doch noch irgendwo Transfer-Tanks sein. Hier ist nochmal Schrott. Zehn von elf. Etwa hier noch. Hier ist der letzte Schrott. Und ein Insignir fehlt mir auch noch. Hab ich denn da unten nicht richtig geschaut? Miest. Warum kletter ich jetzt hier runter? Hätte ich doch gar nicht brauchen. Wir gehen. Guck mal, was da ist. Hier wäre noch Munition. Alles klar. So, die haben wir dann auch. Hier ist der letzte Transfer-Tank. Hier ist der letzte Transfer-Tank. Wo ist denn der? Bin ich blind? Oder wat? Da unten kann nichts mehr sein. Da haben wir... Ich guck nochmal. Also, hier sind keine. Und die sind doch alle hochgegangen hier, ne? Ja. Hier steht auch nochmal Benzin. Gut. Also, unten im Keller ist nichts mehr. Der Keller ist clear. Wo ist denn jetzt... Äh... Der andere. Der letzte. Nicht der andere. Da! Na, ob ich das hinkriege? Na, toll. Nimm ihn doch einfach hier. Ach, so geht's auch. Okay. Die heiße Pfanne. Sehr schön. Ja, und so sind unsere Freunde hier am Bauen. Und es sieht hier auch schon wieder besser aus. Äh... Das ist Jet. Ach so, das sind zwei Gebiete hier. Das hat mich eben verwirrt. Haben beide jetzt die gleiche Farbe. Hierfür habe ich noch was nicht gefunden. Nicht so schlimm. Ich werde jetzt in der Offline-Pause-Phase mal noch hier hin toben. Dann zu Pinkie-Eye. Und dann fange ich mich an, mal um dieses Gebiet hier zu kümmern. Hier ist ja der Luftballon. Damit wir diese Kolonne hier weg haben, dann sieht das hier auch schon besser aus. Dann könnte ich nachher auch schon langsam anfangen. Hier ist noch so ein Ding. Das mache ich auch auf dem Weg. Auf dem Hinweg. Den nehme ich mir auch noch vor. Dann ist der auch weg. Hier ist noch ein Lager. Das könnte ich abfahren. Die Route ist ja... Äh... Sicher. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn ich dann in die neue Gebiete vorstoße. Äh... Tschüss.